Herzlich willkommen zu einem weiteren Blick über den Tellerrand. Und dieser Tellerrand lässt uns blicken auf das Thema Barrierefreiheit. Was ist denn Barrierefreiheit und wie ordnet sich das vielleicht ein? Schaut nochmal hier drauf, das ist das, was wir ja jetzt gemacht haben. Wir haben drei Bereiche gehabt, der Grundlagen, Differenzerfahrung und Artefaktgebrauch, interaktive Nutzung, Schnittstellen, Architektur der menschlichen Wahrnehmung. Das waren die drei Grundlagen und darauf haben wir all das andere aufgebaut, beziehungsweise wir haben es eigentlich daraus abgeleitet. Und das, indem wir durch bestimmte Bereiche der Nutzungsschnittstellengestaltung gegangen sind. Also erst die Präsentation, wie sehen die Dinge aus, wie sind sie angeordnet, dann die Interaktion mit Eingabe, Verarbeitung und Ausgabe. Dann haben wir Orientierung genommen für Übergänge zwischen verschiedenen Bereichen und schlussendlich Kontext, wo es darum ging, in welchem Zusammenhang passiert das Ganze und wie viel, dass es verschiedene Leute gibt, die ja auch Teil dieses Zusammenhangs sind. Und darauf kann man auch noch ein paar Forderungen beziehen. Okay, das ist das. Und jetzt stehen unten noch zwei weitere Bereiche. Einer ist Gebrauchstauglichkeit. Das ist in erster Linie die Untersuchung des Umfeldes, also wofür wird die Software verwendet, was sind die Funktionen, die damit genau gemacht werden sollen, was sind so Nebenbedingungen. Da gibt es viele, viele, viele Bücher und viele, viele, viele Techniken dazu. Das sogenannte Usability Engineering ist dann die Technik, die sagt, das bauen wir in User Interface Gestaltung beziehungsweise in die Software Gestaltung eigentlich selber schon mit ein. Dazu möchte ich nichts sagen, denn es ist zum einen Mal gar nicht meine Expertise und zum anderen ist das wirklich auch ein riesiges Thema, zu dem man sehr viel, sehr schlaue Dinge findet und ich möchte eigentlich nicht so eine ganz kurze Einführung in diesen Bereich geben. Auf der anderen Seite mache ich jetzt genau so was doch, nämlich für den Bereich Barrierefreiheit, also den Bereich der Zugänglichmachung der Software oder Hardware, aber wir reden ja über Software größtenteils für jeden, also speziell auch für Leute mit Behinderungen ganz verschiedenster Art und auch das ist natürlich ein riesiger Bereich und sogar ein riesiger Forschungsbereich und es verdient eigentlich, dass man sich da mit einer richtigen Vorlesung über ein ganzes Semester mit beschäftigt oder vielleicht in einem Seminar und man kann das eigentlich nicht irgendwie in ganz kurzer Zeit abhandeln. Ich möchte euch aber hier doch ein klein bisschen einen Einblick geben, denn Barrierefreiheit hat mit Ergonomie durchaus eine Menge zu tun. Man könnte so sagen, Ergonomie bezieht sich auf, und jetzt wirklich in Anführungszeichen das zu sagen, nicht behinderte Leute, also so den Großteil der Bevölkerung und Barrierefreiheit ist im Prinzip Ergonomie für Leute mit speziellen Anforderungen. Und deswegen kommen diese Dinge, die wir hier besprochen haben, zum Aussehen, zur Anordnung, zur Eingabe, Verarbeitung, Ausgabe, zur Orientierung und zum Kontext, alle auch vor, wenn wir über Barrierefreiheit sprechen, beziehungsweise anders könnte man noch sagen, man kann mit diesem Blickwinkel auch auf die Barrierefreiheit gucken, muss dann aber jeweils sagen, was haben wir denn eigentlich für Einschränkungen, was gibt es für Leute, mit welchen Einschränkungen sind sie unterwegs und was bedeutet das dann an diesen Stellen. Das heißt, wir haben ein paar zusätzliche Anforderungen mit Sicherheit und wir müssen die Designkonflikte mit Sicherheit anders auflösen. Aber im Großen und Ganzen sind diese Forderungen alle auch im Bereich der Barrierefreiheit sinnvoll zu überlegende Forderungen. Und deswegen möchte ich auf diesen Bereich durchaus noch ein bisschen eingehen, in diesem Blick über den Tellerrand. Was ist eigentlich barrierefreie Gestaltung? Was ist der Zweck von barrierefreier Gestaltung? Schauen wir mal ins Behindertengleichstellungsgesetz. Da steht das nämlich drin und da steht, barrierefrei sind bauliche und sonstige Anlagen, Verkehrsmittel, technische Gebrauchsgegenstände, Systeme der Informationsverarbeitung, akustische und visuelle Informationsquellen und Kommunikationseinrichtungen sowie andere gestaltete Lebensbereiche, wenn sie für behinderte Menschen in der allgemein üblichen Weise ohne besondere Erschwernis und grundsätzlich ohne fremde Hilfe zugänglich und nutzbar sind. Ja, da steckt eine Menge drin. Vor allen Dingen steckt da eine Grundeinstellung drin, dass es darum gehen soll, dass man die Leute für alle Menschen, also auch für behinderte Menschen, in der normal üblichen Weise zugänglich macht. Wenn man das jetzt mal auf ein Gebäude bezieht, wenn eine Stadt ein Rathaus baut, dann darf sie zum Beispiel es nicht machen, dass sie sagt, ah, die Leute, die sollen alle durch die schöne Paradiestreppe hineingehen und für die Behinderten, naja, die Rollstuhlfahrer, die nehmen wir jetzt mal da an, die können ja nicht diese Treppe hochgehen, da haben wir hinten so einen Lieferanteneingang und dann gehen die durch die Küche rein oder sowas. Das geht nicht, weil das würde bedeuten, dass man sie nicht auf die übliche Weise hineinlässt, man degradiert die Leute dann zu Leuten zweiter Klasse, die da nur reingehen können. Und das soll man nicht machen, sondern man soll es hinkriegen, dass das Gebäude als solches nicht diskriminierend ist, keine Barriere ist für die Leute. Das heißt, so ein Rathaus braucht auch von vorne eine Möglichkeit, wie man als behinderter Mensch dort hineinkommt. Das ist das, worum es geht bei diesem Behindertengleichstellungsgesetz. Das heißt, es soll für alle zugänglich sein. Das steckt letztendlich dahinter. Das steht zwar wörtlich nicht so da drin, aber es ist nicht nur behindertengerecht, sondern für alle gerecht. Das ist die Idee, die dahinter steht. So, und jetzt steht hier, es definiert für alles Mögliche mit Verkehrsmitteln und allem, aber unter anderem auch für die Systeme der Informationsverarbeitung und auch für Kommunikationseinrichtungen. Und damit sind wir natürlich im Boot. und müssen Software nach diesem Gesetz gestalten. Und für den Bereich der Computergestaltung gibt es die Barrierefreie Informationstechnikverordnung, heißt BITV, und die bezieht sich auf die WCAG, auf die Web Content Accessibility Guidelines des World Wide Web Konsortiums. Das heißt, dieses Regelwerk vom W3C, was ja eigentlich noch nicht mal eine Norm ist, sondern nur eine Recommendation, so nennt das W3C das, hat hier quasi Gesetzescharakter erlangt. Und da stehen interessante Dinge drin. Das führt an vielen Stellen eigentlich nicht weit genug und ist auch, sagen wir mal, von der Untersuchung und der Fähigkeiten der Leute, was eigentlich notwendig wäre, dass ich untersuche, nicht nur, welche Einschränkungen haben die Leute, sondern auch, welche Fähigkeiten haben die Leute und dann versuche ich da ein Matching hinzukriegen. Ich habe eine Technik, die bedarf etwas, ich habe eine Person, die kann etwas und dann versuchen wir da das Matching hinzubekommen. Das macht diese WCAG und die BITV nicht so, sondern sie ist halt normierend. Sie gibt viele Regeln vor, von denen sicherlich viele auch an vielen Stellen helfen, aber man könnte das Ganze systematischer aufziehen und noch systematischer besprechen. Mein Kollege Michael Tauber, der inzwischen in Pension gegangen ist, hat jahrelang an der Uni Paderborn Veranstaltungen genau in diesem Bereich gemacht, die genau in diese Richtung gingen, dass man so ein Matching herstellen muss. Wir schauen es uns aber mal hier auf einer etwas einfacheren Ebene an und fragen uns erst mal, naja, welche Arten von Einschränkungen gibt es denn eigentlich? Wir haben also, wenn man Behindertengleichstellung hört, dann hat man, sagen wir mal, im Bereich Gebäude oder so häufig Rollstuhlfahrer im Kopf. Wenn man über Computer nachdenkt, dann wird häufig an Blinde gedacht oder an Sehbehinderte, weil, naja, wir machen halt grafische Nutzungsschnittstellen in der Regel heute und diese Entwicklung ist gerade für Leute, die blind sind, nicht unbedingt immer die beste gewesen. Da wäre häufig eine textuelle Nutzungsschnittstelle für diese Leute tatsächlich praktischer und grafische Nutzungsschnittstellen, je nachdem, welche Art von Seheinschränkung man hat, kann gut verwendbar sein oder auch ganz schlecht verwendbar sein und man muss an einige Dinge dann noch besonders denken. Aber es gibt ja noch mehr Arten von Behinderungen. Also, Sehbehinderung, habe ich gerade gesagt, Erblindung ist da vielleicht das Extremste von, motorische Einschränkungen. Es gibt ja zum Beispiel Leute, die können die Arme nicht bewegen oder die haben vielleicht nur einen ganz kleinen Radius, in dem sie die Hände bewegen können. Auch dafür gibt es natürlich Maßnahmen, die man ergreifen kann. Es gibt Leute mit Hörschädigungen, darunter vielleicht das Extrem, die Leute, die taub sind, vor allen Dingen die Leute, die immer schon taub waren und noch nie gehört haben, dann vielleicht noch im Extrem taubstumme. Was ist mit denen? Sind die für uns interessant? Ja, denn man sollte eigentlich annehmen, dass jemand, der taubstumm ist, der kann ja alles lesen und der kann ja an so einer grafischen Nutzungsschnittstelle arbeiten. Ja, und die paar Klänge, die es da gibt, die können wir ja vielleicht noch durch was anderes ersetzen. Nur das Problem ist, Hörschädigungen gehen häufig mit Problemen mit Lesen und Schreiben einher. Das liegt daran, dass unser Lesen und Schreiben, unsere Buchstaben- und Silbenschrift oder unsere Buchstaben- und Silbensprache natürlich viel mit dem Sprechen zu tun hat und es da eine Relation gibt zwischen Sprechen und Lesen und Schreiben. Und es ist für diese Leute, die logischerweise vom Sprechen nichts wissen können, wenn sie taubstumme Leute sind, auch schwierig, dann Lesen und Schreiben zu lernen. Das heißt, das geht ganz häufig einher. Und naja, es gibt da natürlich für Leute, die taubstumm sind oder taub sind, die Gebärdensprache. Das habt ihr bestimmt schon mal irgendwo gesehen, dass Leute in Gebärdensprache sprechen. Oder ihr seht es in irgendwelchen Nachrichten, dass jemand zum Beispiel da noch daneben steht und das Ganze nochmal in Gebärdensprache überträgt. Aber auch das ist nicht unproblematisch, denn naja, wie kriegen wir denn das hin mit User-Interface und Gebärdensprache? Aber ich greife vielleicht vor. Gehen wir erstmal einen Schritt weiter. Also Leute, die zum Beispiel ein kurzes Kurzzeitgedächtnis haben oder die einen niedrigen Intelligenzquotienten haben, die emotionale Störungen haben. Da kann alles Mögliche drunter fallen unter diesem Bereich mentale Beeinträchtigungen. Und auch das kann für den Bereich der User-Interface-Gestaltung relevant sein. Gehen wir von oben durch. Schauen wir uns das mal an. Sehbehinderung. Zunächst mal ohne Erblinden. Leute, die stark sehbehindert sind. Da gibt es natürlich auch alles Mögliche, was mit denen sein kann. Einige sind sehr lichtempfindlich, andere haben ein niedriges Auflösungsvermögen. Nur alles Mögliche ist da im Repertoire. Farbenblindheiten sind sogar sehr verbreitet, zumindest Farbschwächen. Geringe Sehkraft gibt es ganz viele. Es gibt Leute, die haben teilweise einen Gesichtsfeldausfall. Das heißt, die sehen kein vollständiges Bild mehr, so wie unser Eindruck hoffentlich ist. Ich hoffe jetzt mal für euch, dass ihr nicht dazugehört, sondern dabei den fehlenden Teilen da drin. Ein Extremfall davon ist der Tunnelblick. Das heißt, ich sehe tatsächlich nur noch in der Mitte, als würde ich durch eine Röhre gucken. Und dann habe ich ganz verschiedene Notwendigkeiten, Notwendigkeiten, die ich machen muss, um eine Gestaltung so hinzubekommen, dass diese Leute damit noch arbeiten können. Es gibt technische Hilfsmittel dafür. Hier auf der linken Seite sehen wir, wie jemand sein Gerät so eingestellt hat, sein Windows hier offensichtlich, dass es eine extrem starke Vergrößerung gibt. Und wenn ich so eine starke Vergrößerung habe, dann habe ich natürlich Probleme mit User Interfaces. Denn erst mal ist es immer schwierig, wo bin ich eigentlich hier auf diesem ganzen Bildschirm? Ich sehe ja nur immer einen ganz, ganz, ganz kleinen Ausschnitt. Und problematisch wird es dann, wenn Reaktionen auf das passieren, was ich da tue, außerhalb des Bereichs, den ich gerade sehe. Das heißt, diese Lokalität der Rückmeldung, das war ja eine unserer Forderungen, Lokalität, die ist besonders wichtig, wenn ich davon ausgehe, dass ich Leute habe, die nicht den ganzen Bildschirm auf einmal sehen können. Wir können zwar alle nur einen kleinen Teil des Bildschirms gleichzeitig scharf sehen, aber unser Wahrnehmungssystem ermöglicht es uns, immerhin einen Eindruck über das Ganze zu kriegen. Aber wenn ich das gar nicht kann, das geht ja hier gar nicht, ich sehe ja wirklich nur einen ganz kleinen Teil, dann wird das noch mal viel wichtiger, dass Rückmeldungen lokal passieren und nicht irgendwo anders auf dem Bildschirm Rückmeldungen gegeben werden. Interessant ist übrigens, dass gerade Websites mit großer Schrift problematisch sind. Ich habe selber einen guten Freund mit einer Sehbehinderung und der vergrößert sich auch häufig am Bildschirm die Dinge und kommt damit eigentlich auch ziemlich gut zurecht. Aber er ärgert sich manchmal, wenn Dinge am Bildschirm groß dargestellt werden. Warum? Naja, er benutzt ja schon ein Tool zum Vergrößern. Und man tut den Leuten dann keinen Gefallen, wenn man dann Sachen gestaltet, die an sich schon sehr große Schrift haben. Denn dann ist diese Technik für sie auf einmal falsch. Dann müssen sie dann auf einmal wieder zurückzoomen, weil sonst die Sachen viel zu groß sind und sie noch nicht mal Buchstaben lesen können oder sowas, weil das Ganze viel zu groß wird und man noch weniger Überblick dann hat. Das heißt, die Gestaltung von Größen ist nicht wichtig an dieser Stelle. Man sollte in ganz normalen Größen gestalten, denn die Leute müssen ohnehin Zusatztechnologien einsetzen. Man sollte natürlich nicht absichtlich winzig gestalten, aber in normalen, handelsüblichen Größen, wenn man das mal so sagen möchte, sollte man gestalten. Und dann die Zusatztechnologie sorgt dann dafür, dass das Ganze groß genug ist für die Leute. Und dann muss man dafür sorgen, dass sie die Orientierung behalten können. Also Lokalität der Rückmeldung, aber auch solche Techniken wie, dass wir zum Beispiel keine Umrahmungen machen, sondern dass wir stapeln. Das ist dann auch wichtig, weil dann hilft es auch den Leuten, mit dem noch mal kleineren Blickbereich dann einschätzen zu können, wo bin ich hier gerade auf dem Bildschirm? Endet hier eine Fläche? Beginnt hier eine Fläche? Und eine Linie? Naja, man müsste sie ablaufen und die Leute müssten sie tatsächlich ablaufen. Und das ist natürlich problematisch. Das heißt, unsere Hinweise sind zum Teil schon genau in die richtige Richtung. Ja, welch ist es mit der Blindheit? Wie machen es Leute, die blind sind mit dem Computer? Es gibt verschiedene Möglichkeiten und unsere grafisch-räumlichen Arrangements, die uns ja so viel wert waren hier, die können natürlich ein großes Problem werden beziehungsweise sind es auch per se schon mal, denn das ist natürlich kaum wahrzunehmen. Das heißt, man bräuchte oder man braucht, man bräuchte nicht nur, man braucht eine alternative Möglichkeit der Wahrnehmung. Und das nennt man dann serialisierte Ausgabe. Das heißt, das, was am Bildschirm noch zweidimensional ist, muss irgendwie in etwas Eindimensionales überführt werden. Und zwar gibt es da zwei Möglichkeiten, üblicherweise. Entweder man lässt es sich vorlesen per Screenreader. Das geht natürlich für Texte gut. Oder man verwendet so eine Breilzeile, wie die hier unten zu sehen ist. Das ist diese Blindenschrift, die habt ihr bestimmt auch schon mal gesehen, wo man dann so Bücher hat, wo nur Punkte rauskommen. Und hier jeder Buchstabe ist hier so ein Neunpunktmuster. Und wenn man das gelernt hat, dann können die Leute mit dem Finger sehr gut lesen auf so einer Zeile. Es hat natürlich mit der Zeile Vorteile, denn ich kann zum Beispiel auch wieder zurückspringen, zumindest innerhalb der Zeile. Und ich kann hoch und runter schalten über diese Knöpfe da und dann durch den Text springen, während ich beim Screenreader einen langen Strom bekomme. Und naja, mal ist das eine im Vorteil, mal ist das andere im Vorteil. Hängt auch stark von den Leuten ab, ob sie Breil gelernt haben oder nicht oder wie gut sie mit solchen Screenreadern zurechtkommen oder nicht. Aber für uns in der Gestaltung ist das natürlich eine große Nummer. Denn wie gestalten wir denn? Wenn wir irgendwo etwas machen und irgendwo anders auf dem Bildschirm ändert sich jetzt was, woher weiß denn der Screenreader, dass er das jetzt vorlesen muss? Oder woher weiß das System, was die Breilzeile bestimmt, also was sagt, was auf der Breilzeile erscheint, was das jetzt ist und an welcher Stelle das ist? Das ist total problematisch. Also dynamisch sich ändernde Dinge sind ein ganz großes Problem für diese Technologie. Es gibt Standards dafür und gerade im Bereich des Webs gibt es entsprechende Standards, an die man sich unbedingt halten muss, die auch zum Beispiel die Struktur des Ganzen betreffen. Also, dass man zum Beispiel einen Bereich hat, der die Navigation ist und das kann man in HTML auszeichnen. Das heißt, man verwendet den richtigen Tag dafür oder das richtige Attribut dafür und dann kann man mit der Nutzung eines Screenreaders oder auch einer Breilzeile kann man dann in den entsprechenden Browsern das so steuern, dass dann zum Beispiel die Navigation angesprungen wird oder dass sie beim Vorlesen übersprungen wird, weil man möchte ja nicht immer wieder die ganze Navigation vorgelesen bekommen. Das ist das, was man unbedingt machen muss. Und das gilt natürlich auch für andere Software. Das heißt, wenn ich die Widgets verwende der Betriebssystemhersteller und verwende sie richtig, dann ist auch den Leuten viel dadurch geholfen, weil dann auch klar ist, welche Arten von User Interface Elementen für welchen Zweck da sind. Wenn ich irgendwie die Dinge alle selber zeichne am Bildschirm und sorge dann nicht dafür, dass die Screenreader auch damit zurechtkommen, was ein Haldenaufwand ist, dann habe ich eine Barriere erschaffen für die Leute. Und das sollte man unbedingt vermeiden. Kommen wir zu motorischen Einschränkungen. Ja, motorischen Einschränkungen, dass jemand nicht gehen kann, das ist nicht das Problem. Aber es gibt ja andere motorische Einschränkungen, zum Beispiel von Leuten, die ihre Hände nicht oder Arme nicht bewegen können oder nur sehr unkoordiniert das tun können. Da gibt es alles Mögliche an Hilfsmitteln. Es gibt Mäuse, die entsprechend auf kleinem Raum arbeiten. Es gibt Mäuse, die auf großem Raum arbeiten. Es gibt Möglichkeiten der Tastaturen, wie zum Beispiel die hier abgebildete Tastatur, diese Jumbo-Mini-Tastatur, wo man, erst mal ist sie relativ groß und dann ist es so, dass man dort richtig hineinfassen und hineindrücken muss. Das ist natürlich gut für Leute, die etwas unkoordiniert sind. Die können dann an der Stelle erst quasi einrasten und dann da drücken. Und damit können dann die Leute schreiben. Generell bietet es sich natürlich bei sowas an oder für solche Leute, User Interface zu machen, die nicht wahnsinnige Eingabemengen verlangen, sondern wo die Menge der per Tastatur einzugebenden Dinge klein gehalten wird. Was ihr da auch seht, der Mann, der hat etwas im Mund, das ist eine Integra-Maus. Das heißt, der steuert den Mauszeiger mit seiner Zunge und der kann auch klicken, indem er zieht oder pustet. Und damit kann man dann auch Mauszeiger am Bildschirm steuern, selbst wenn man nur noch den Kopf als Eingabemöglichkeit hat. Das heißt, es gibt da viele technische Möglichkeiten und was heißt das für uns in der Softwareherstellung? Ja, also was wir in FITS Law so gelernt haben oder über FITS Law so gelernt haben in Richtung Eingabeschnelligkeit und Eingabesicherheit vor allen Dingen, das spielt hier eine große Rolle. Da kann man also verstärkt Wert drauflegen dann an dieser Stelle. Im Zweifelsfalle kann man es vorsehen, dass man Granularitäten ändert, also, dass man gröber arbeiten kann. Auch dafür haben wir ja schon Techniken gehabt. Also die Techniken kann man dann vermehrt anwenden und den Leuten vielleicht zusätzlich als einschaltbare Option anbieten, sodass wir die normale Software, die normal da ist, auch bedienen können. Es geht ja nicht darum, extra Software zu bauen. Es geht nicht um Software für Behinderte, sondern es geht darum, dass man die eigene Software so baut, dass sie auch von behinderten Menschen genutzt werden kann. Hörschädigungen und hier habe ich es schon gesagt, da gibt es etwas, was fand ich auch überraschend, als ich das das erste Mal erfahren habe. Also klar, YouTube-Video kann man den Text nicht hören, wenn jemand was sagt, dann machen wir Untertitel. Gut, wenn jemand lesen kann, dann ist es natürlich okay, aber das große Problem ist, bei Leuten, die noch nie hören konnten, ist die Lesefähigkeit meistens sehr stark eingeschränkt. Es gibt dann die Gebärdensprache und die Leute können natürlich diese Gebärdensprache, aber Gebärdensprache ist eine sehr aufwendige Sprache und eine sehr andere Sprache als unsere gesprochene Sprache, komischer Ausdruck gesprochene Sprache, also unsere auditive Sprache, sagen wir vielleicht und es ist nicht einfach, eine Übersetzung zu machen, zumindest eine automatische Übersetzung von geschriebenem Text in Gebärdensprache. Das funktioniert bisher nur bei Standardtexten wie Wetterberichten und sowas, aber noch nicht für allgemeine Texte und das ist natürlich ein großes Problem, zu dem es noch keine so richtig schöne Lösung gibt, also jetzt immer einen Gebärdendolmetscher noch zu beauftragen, der zu jedem Text auch noch einmal die Gebärden auf Video aufnimmt, ist natürlich auch vielleicht nicht des Rätsels Lösung. Ich hoffe da ein bisschen, dass es bald technische Unterstützungen da geben könnte. Übrigens, viele Leute meinen, dass die Gebärdensprache international ist, das ist nicht so. Schaut euch vielleicht mal die entsprechenden Wikipedia-Artikel dazu an, das ist sehr interessant. Es gibt also viele, sagen wir mal, artverwandte Gebärdensprachen, aber die Gebärdensprachen unterscheiden sich zwischen den Nationalstaaten und selbst in Staaten, in denen die gleiche Sprache gesprochen wird, ist nicht unbedingt die gleiche Gebärdensprache üblich. Das ist also sehr interessant, das habe ich auch nicht gewusst, dass es da auch tatsächlich viele Sprachen und Sprachgrenzen gibt, obwohl es eigentlich naheliegend ist, dass es so sein könnte. Mentale Beeinträchtigungen, ja, ein ganz, ganz, ganz riesiges Feld, können wir uns in ganz kleinen jetzt mal anschauen. Ich habe mal ein paar Beispiele genommen für, ja, mentale Beeinträchtigungen, die jemand haben könnte und dann schauen wir mal und überlegen mal gerade kurz, was das jetzt heißt. Also eingeschränktes Kurzzeitgedächtnis, wenn jemand ein eingeschränktes Kurzzeitgedächtnis hat, was mache ich dann? Dann kann ich mich nicht darauf verlassen, dass derjenige sich etwas merkt. Das heißt, ich kann so zwischen einem Schritt und dem nächsten Schritt vielleicht schon davon ausgehen, dass irgendwas vergessen worden ist. Wie kann ich damit umgehen? Kann ich da irgendwie darauf reagieren? Ja, ich kann verhindern, dass der Nutzer sich Dinge merken muss. Und dafür, wenn ihr mal überlegt, sind auch die Anforderungen, die wir schon gestellt haben, sehr passend. Also Erschließbarkeit, lass die Dinge am Bildschirm erscheinen, Differenzierbarkeit, schreib hin, was passiert ist und was passieren wird. Auf solchen Dingen wird dann mehr Wert gelegt sein müssen, wenn man davon ausgeht, dass es Leute gibt, die ein eingeschränktes Kurzzeitgedächtnis haben. Aber es sind die gleichen Forderungen, die man an dieser Stelle machen kann. Geringes Sprachverständnis oder Leseschwäche? Ja, da gibt es eine Technik für beziehungsweise eine Methode für, wie man, ich mache das nochmal von vorne gerade, geringes Sprachverständnis oder eine Leseschwäche, dazu gibt es etwas, um diesen Leuten doch Zugang zu Informationen zu ermöglichen. Und ihr könnt das mal vielleicht nachschauen. Es gibt zum Beispiel vom Deutschlandfunk, dem Nachrichtensender, also dem Radiosender Deutschlandfunk, Nachrichten in einfacher Sprache. Die gehen genau in diese Richtung. Und schaut euch diesmal an. Ich habe mal hier einen Satz rausgesucht aus diesen Nachrichten in einfacher Sprache von vor ein paar Jahren. Und da dieser Satz, der lautet dann so. In der Stadt Hamburg hat es ein wichtiges Treffen gegeben. Viele wichtige Politiker waren da. Es gab auch Proteste und Krawalle. Jetzt streitet die Politik darüber, warum das niemand verhindert hat. Das ist jetzt ein Text in einfacher Sprache. Es gibt übrigens sogar Wikipedia teilweise in einfacher Sprache. Es gibt Wikipedia in Simple English. Auch interessant mal anzugucken. Was ist damit? Das Problem ist, dieser Text, ist jetzt nun für Leute, die nicht dieses Problem haben, selber eine Barriere. Denn der Text ist umständlich und man hat das Gefühl, man kommt überhaupt nicht voran durch diese einfache Sprechweise. Das heißt, das, was dem einen die Barriere nimmt, baut hier einem anderen eine Barriere auf. Wir haben hier wieder einen Gestaltungskonflikt, den wir so oft jetzt schon hatten. Und an dieser Stelle, fürchte ich, wird es nicht gehen mit einer Lösung für alle. Denn diesen Text allen Leuten zu präsentieren ist keine gute Idee und den anderen Text allen Leuten zu präsentieren ist auch keine gute Idee. Das heißt, man braucht hier wahrscheinlich mehrere Versionen des gleichen Textes. Das heißt aber auf der anderen Seite nicht, dass man nicht aufpassen sollte, dass man, wenn man ein User Interface gestaltet, uns geht es ja jetzt nicht um Informationstexte, sondern User Interfaces, dass wir da eine möglichst einfache Sprache verwenden, um nicht schon, sagen wir mal, einen Großteil der Bevölkerung abzuhängen und schon gar nicht, um Leute, die irgendwelche Einschränkungen da haben, abzuhängen. Also man sollte so einfach wie möglich sprechen im User Interface, dass es verstanden werden kann und ohne, dass man vielleicht dahin kommt, dass man nur solche Sätze hat, die nur Subjektprädikat und Objekt sind. Also da gilt es einen Zwischenweg, denke ich, zu finden. Leute mit Leseschwächen können natürlich häufig sich auch dadurch behelfen, dass sie auch wie Leute, die blind oder sehbehindert sind, solche Text-to-Speech-Systeme benutzen. Das kann natürlich hilfreich sein, ist aber wieder ein technisches Hilfsmittel, was nicht in unserem Bereich liegt, außer, dass wir es zugänglich machen müssen, dass wir also Texte auch von diesen Systemen lesbar machen müssen. Aber jetzt muss man sich schon sehr anstrengen, dass das nicht geht. Also wenn wir jetzt anfangen würden, wir würden uns den Text pixelweise auf den Bildschirm zu schreiben, dann ginge es wahrscheinlich nicht. Aber sobald wir eine Standard-Betriebssystem- Ressource nutzen, kommen eigentlich diese Text-to-Speech-Systeme auch immer an das Ganze dran. Und als Letztes habe ich noch geringes Ausdrucksvermögen hier hingeschrieben. Ja, wie kann man dem begegnen? Ja, man sollte die Leute vielleicht nicht viele Texte schreiben lassen. Das ist aber im Standard-User-Interface sowieso nicht gegeben. Also es ist ja eigentlich nicht so, dass man häufig viele lange Texte reinschreiben muss. Natürlich, wenn man eine Software wie Word benutzt, dann muss man lange Texte schreiben, aber dann sind wir auf einer ganz anderen Ebene unterwegs und auf einer Inhaltsebene unterwegs. und dazu kann man an dieser Stelle jetzt dann nichts machen. Aber zum Beispiel, dass ich Leute etwas nicht eintippen, sondern auswählen lasse, aus einem Dropdown-Menü etwas auswählen lasse, das ist natürlich eine Technik, die hilft bei Leuten mit geringem Ausdrucksvermögen, denn sie können sich vielleicht nicht gut ausdrücken, aber sie können erkennen, was da steht. Das geht uns ja zum Beispiel oft so in einer Fremdsprache. Ich spreche zum Beispiel ganz leidlich Spanisch, aber mein aktives Spanisch ist so eine Sache, aber wenn ich eine spanische Website lese und kann dann da etwas auswählen oder eine Software auf Spanisch, das schaffe ich. Ich habe zum Beispiel überhaupt keine Schwierigkeiten, ein Windows oder ein Mac OS auf Spanisch zu bedienen, aber wenn ich jetzt die Texte formulieren müsste, dann hätte ich größere Schwierigkeiten damit. Schauen wir einmal einen Blick in diese Web-Content- Accessibility-Guidelines oder auch barrierefreie Informationstechnik-Verordnung, was ja die deutsche Umsetzung davon als Gesetz ist, da möchte ich euch einmal hinweisen auf ein paar Begriffe, die da drin stehen, nämlich Eigenschaften für Web-Inhalte, die da definiert sind und die finde ich interessant. Die sind nämlich erstaunlich kompatibel zu dem, was wir hier in der Ergonomie hatten. Unsere Ergonomie geht zwar in vielen Stellen weiter, aber naja, gucken wir mal, was steht denn da? Also da steht, dass jeder, der das Web benutzen will, muss Inhalte haben, die wahrnehmbar sind. Informationen, Bestandteile der Benutzerschnittstelle, Benutzerschnittstelle steht hier, müssen den Benutzern so präsentiert werden, dass sie sie wahrnehmen können. Das bedeutet, dass Benutzer in der Lage sein müssen, die präsentierten Informationen wahrnehmen zu können. Sie dürfen nicht für all ihre Sinne unsichtbar sein. Okay, Erkennbarkeit hatten wir das genannt. Wir haben aber Erkennbarkeit natürlich nur auf das Optische bezogen und haben nicht zum Beispiel Erkennbarkeit auch so weit ausgedehnt, dass es heißt, wenn jemand nicht sehen kann, dann bedeutet Erkennbarkeit natürlich was anderes. Dann müssten wir auf andere Sinne gehen können. Inhalte haben, die bedienbar sind. Bestandteile der Benutzerschnittstelle und Navigation müssen bedienbar sein. Das bedeutet, dass Benutzer in der Lage sein müssen, die Schnittstelle zu bedienen. Die Schnittstelle darf keine Interaktion erfordern, die der Benutzer nicht ausführen kann. Ein Benutzer steht hier. Wo haben wir das? Ja, das haben wir auch, wenn wir über Eingabepräzision und Eingabesicherheit und Eingabeschnelligkeit nachdenken, also diese Handhabungssachen. Und auch die haben wir natürlich nicht bezogen auf Leute, die, sagen wir mal, motorische Einschränkungen haben. Aber das könnte man natürlich machen. Man könnte sagen, man muss da einen Schritt weitergehen und muss überlegen, die verwenden andere Technologien. Also, sie haben andere Fähigkeiten oder eingeschränkte Fähigkeiten in gewisser Weise, aber bestimmte Fähigkeiten haben sie natürlich, verwenden dann Technologien und dadurch werden natürlich die Designkonflikte bei uns ganz anders austariert. Verständlichkeit, ich lese mal gleich darunter, das bedeutet, dass Benutzer in der Lage sein müssen, sowohl die Informationen als auch die Bedienung der Schnittstelle verstehen zu können. Der Inhalt oder die Bedienung darf nicht über ihr Verständnis hinausgehen. Okay, da haben wir vielleicht eine gewisse Schwachstelle in unserem Bereich, denn über Verständnis haben wir, wenn dann eher so zwischen den Zeilen gesprochen, dass irgendetwas zu kompliziert ist. Aber wir haben Techniken, die es ermöglichen sollten, dass man damit zurechtkommt. Also die Erschließbarkeit und die Differenziertheit der Rückmeldung, aber auch die Lokalität und Unmittelbarkeit der Rückmeldung sind alles Techniken, die dahin führen, dass es verständlicher ist, weil man die Zusammenhänge versteht und sich erschließen kann, was es gibt. Also auch da sind wir erstaunlich kompatibel, aber es müsste bestimmt noch ein paar zusätzliche Dinge da geben, die auf sowas eingehen, wie Probleme im Kurzzeitgedächtnis und so weiter. Und letztendlich robust, interessant, den gleichen Begriff verwenden wir ja auch, gucken wir mal, ob die Definition ähnlich ist. Inhalte müssen robust genug sein, damit sie zuverlässig von einer großen Auswahl an Benutzeragenten einschließlich assistierender Techniken interpretiert werden können. Das bedeutet, dass Benutzer in der Lage sein müssen, auf Inhalte zuzugreifen, während sich die Techniken weiterentwickeln. Während sich Techniken und Benutzeragenten weiterentwickeln, sollten die Inhalte barrierefrei bleiben. Das ist das Gleiche nochmal andersherum formuliert. Ja, unsere Robustheit ging dahin, dass wir als Designer häufig eingeschränkt sind und deswegen robust gestalten müssen, in dem Sinne, dass wir bestimmte Dinge nicht machen, von bestimmten Gestaltungsmöglichkeiten Abstand nehmen. Diese Robustheit bezieht sich stark auf die interpretierende Technik des WWW, aber es geht durchaus in eine ähnliche Richtung, denn diese Robustheit verhindert auch oder warnt davor, komplett an dem vorbeizugehen, was schon etabliert ist, denn dann hätte man natürlich ein Problem mit den sich ändernden Techniken. Also, es ist nicht ganz das Gleiche, diese Robustheit und unsere Robustheit, aber es geht in eine ähnliche Richtung. Das heißt, erstaunlich, diese Web Content Accessibility Guidelines geben Hinweise, die stärker mit unserer Ergonomie übereinstimmen, als es die ISO-Normen tun und ihre sieben Grundsätze der Dialoggestaltung. Und zu diesen sieben Grundsätzen der Dialoggestaltung habe ich noch einen weiteren Blick über den Tellerrand.